Moin moin liebe leute und herzlich willkommen auf Heeles TV. Eine neue Episode Magica 2 wird gespielt natürlich mit dabei der kleine Kodiak. Alter, warum? Ja wie ihr seht, Danny hat reichlich Spaß nicht die Gegner, sondern mich zu schnetzeln. Ach du Scheiße, die er festhält oder das Ding mit dem Helm? Ne, das war Sören, tschüss Sören. Ja Magica 2, witzig, witzig. Ich find's witzig. Mir wird nichts anderes ein. Ich hab nur noch nicht so ganz raus welche Kombinationen so richtig krass sind. Also diese Leben-Tod-Explosion ist ziemlich nice muss ich sagen. Auf jeden! Mit was kämpfst du denn? Oh, dann hau mal raus, hau raus, hau raus. Ah, ich bin noch mal rein! Ah, meine Rüstung ist weg! Todesstrahl kommt! Oh, weg hier! Boom! Todesstrahl kommt! Todesstrahl kommt! Oh, der ist... Pantoms Todesstrahl kommt! Todesstrahl kommt! Und Selfie! Aua! Noch mal ne Panzerung! Todesstrahl! Aua! Da kommt noch ein Todesstrahl! Aua! Da kommt noch ein Todesstrahl! Und Selfie! Und Selfie! Und Selfie! Und dann wollen wir den noch mal kurz abkriegen! Und Puh! Aua! 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 So, dann wird er weggebrotzelt! He he he! Moin Gott, ey! Ach, das ist ganz platt! Aua! 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 Ah ja! Das dürfte dann jetzt Kapitel 2 gewesen sein, glaube ich, oder? Ist das richtig? 37 war das! 37 in halbjahre richtig! Genau! Ohne neue Robe! Cool! Ich hab ne Bergarbeiterrobe! Läufe! Aua! 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 Was war das denn? Ja, ich hatte schon was anderes gecastet! Du bist ein Anfänger als Zauberer! Ohne Strahl! Aua! 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 Ich brauche noch mal ein bisschen hemmen. Was machst du denn da? Ach so geht das. Merkste? Weggemacht hab ich das. Todesstrahl. Tschüss der Todesstrahl. Los gehts. Hä, wieso hast du das überlebt? Wieso hast du das überlebt? Ja, ich jetzt erstmal die Anstrengung. Okay. Okay. Todesstrahl. 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 Los, in den Todesstrahl. Ah, meine Vögel. Sie machen es. Das ist witzig das Spiel. Zuck, zuck. Verdammt. Hier kann man runterfallen. Ehrlich? Rissing. Ja, kann man. Ey. Alter. Hebebacke. Ja hoffentlich. Komm mal wieder. Hebebacke. Was für ein meisterhafter Heel. Wer war das? Weiß ich nicht. Ah, scheiße. Ich wollte die Eister reinkicken. Alter, da kommt noch ne Menge. Todesstrahl, Todesstrahl, Todesstrahl. Ah, ich muss ja weg. Oha. Was war das denn? Ja. Scheiße, wir treffen uns nicht. Scheiße. Nein, ich bin ab zu blummel. Jewe Wacke. Wacke. Ich bin wieder da. Todesstrahl kommt zu dem dicken unten. Ah, das läuft noch ganz viel langsam. Oh, ich hab ne. Oh, ich hab ne. Oh. Scheiße. Oh, Scheiße. Hä? Wie geht das? Ich werd das auch gehört. Ist das nur der. Das hat grad bei mir nicht geklappt. Ja, das ist der Anfänger. Mann da. Da. So, wir müssen jetzt langsam anfangen miteinander zu kämpfen. Das ist hier Let's Play Crap Together und nicht Let's Compete. Ach so. Das war doch Let's Compete oder nicht? Mann, 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 Mann. Ich hab aber auch manchmal nicht erwähnt, dass es ein Let's Play Together ist. Das ist ein Mix aus Tötet Danny und schmeiß ihn in den Abgrund runter. Was war das jetzt? Todesstrahl kommt. Wo auch immer hin. Aua. Okay, ich denk mal, wir müssen irgendwie das Rad hier wieder zum Laufen bringen, ne? Ja, dann mach das doch mal. Keine Ahnung. Ich weiß auch schon wie. Oder nicht. Juhu. 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 Hä? Oh, komm. Ich bin eingefroren. Ich bin eingefroren. Ach so. Und Feuer. Brauch Heels, Brauch Heels, Brauch Heels, Brauch Heels. Alter, die verlangt dann einfach. Komm, Todesstrahl. Kuss! Oh, kommt rein. Komm, kommt rein, kommt rein. Das ist echt schwer. Ich bin immer da. Supernender! Supernender! Scheiße! Bucke! Wucke! Bucke! 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 das sind ganz schön viele was scheint so aber warum wir sind nur drei vier fünf mal gestorben ja stimmt schätze das ist aber verdammt hoch für zwei alte männer das war jetzt auf einfach gestellt glaube ich auf sehr schwer ja mindestens sehr schwer das war quasi die Hölle ja wir brauchen mehr Einzauber wir müssen uns etwas einfallen lassen Jubilee auf jeden Fall gleich mit Lebens- und Todesstrahltod also sofort wenn die kommen einstrahlen auf dem nächsten wir müssen eine Explosion auf dem nächsten holen ja gut und hier Schild zack Jo you ready? ja komm mal ran hier auf mir da ja läuft doch Todesstrahl du schaffst das Flaschi du schaffst das Todesstrahl mach 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 Todesstrahl 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 hier oben Todesstrahl bei uns hier unten bei mir hier unten oh shit oh shit Todesstrahl vor dir ja ja nochmal mal einen Heal-Streich ja ja und da weg hier hui scheiße ich komm ja nicht mehr weg ich komm hier ich komm hier keine Chance ruhm mich hoch ruhm mich hoch Alter Surprender 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 sind doch so viele Alter keiner hat mich schon Alter was ist das für ein riesiges Drecksviech wie macht man die denn platt da kommen ja 6000 Millionen es ist eine frostige Krabbe und eine kleine feindliche Krabbe du kennst ja auch mit Krabben du musst du doch wissen alter Nordmensch ich könnte einen Eispanzer probieren meinste aber wieso kriegt der nicht ja du hast doch du hast da eine eine Eisresistenz ja aber das sah gerade so aus als ob man sich einen Eispanzer anlegen könnte so wie so quasi so ein Steinpanzer ich kann man nochmal lau schnell laufen zwei ah ok hä wieso geht das jetzt bei mir nicht die scheiße man komm du schaffst das und dann direkt eine Bombe da oben rein also bei mir geht es irgendwie nicht ich stehe direkt davor du schaffst das ich schaffst das mach du mal ich kenne ich bin so doll genau mit dem Gift wird es funktionieren ah chill man obwohl vielleicht müssen wir es auch gar nicht weil wir hier weiter können die haben sich gedacht die beiden sind so scheiße die brauchen den Boss nicht machen oh man ey wir wollen ja nicht dass wir den ganzen Abend bei uns in der Höhle hängen komm geht weiter ja echt es ist okay geh weiter ich bin tot ich krammert sich selbst getötet ok let's go wir brauchen mehr Zauberflasche wir brauchen so richtig viele Ballermann ja sag mir mal wie das geht äh Todesstreit noch ein Todesstreit noch ein Todesstreit oh oh und ich hab ich hab ich hab ich hab ich kann weg ich kann weg oh die Sloan einfach krasse ey gut gravieren wo ist der Schuss Was machst du da? Hast du dich selbst nie getötet? Du hast mich mit deinen komischen weißen Dingern getötet. Mit deinen Fliegeviechern. Zumindest haben die ziemlich gut Damage gemacht. Du musst mich heilen, du musst mich heilen, du musst mich heilen! Du musst nur das, du musst nur das, du musst nur das. Ja, ich bin schon abocht, für immer. Entschuldigt wieder hoch. Reds got ready? Let's go! Deine Chance. Die Slown so hart. Reds got ready. Na, da bin ich mir gestorben. Oh mein Gott. Entschuldigt auch, warte. Alles klar. Mach dir ne Panzerung, mach dir ne Panzerung. Ja, ja. Surrender! Okay. Ich mach jetzt, ich brenne sie weg. Oh yeah. Boah, war das pissig ey. Kommt noch einer. Todeschrei kommt. Ja, ich glaub gegen die musstest du echt diese Eisresi haben. Die haben sich so krass geslowed. Da war's ja direkt weg. Die haben doch nicht so viel gebracht. Also ich hab jetzt gerade, im Gegensatz davor, gar kein Damage mehr gekriegt. Gefühle zumindest. Okay. Aber Slown tun die ja nach wie vor. Kommen wir hier nach oben. Ja, ich glaub man hätte direkt... Oh, hier liegen tote. Oh, hier ist ein Buch. Direkt mit Feuer bekämpfen müssen. Kannst du ja was anklicken. Okay. Nö. Vielleicht muss ich hier Strom machen. Vielleicht... Äh, vielleicht muss einer Strom von uns und der andere muss Eis. So wie der Typ, der das in der Kugel zeigt. Okay. Okay, irgendwas ist passiert. Äh, kleine Punkte machen die Damage. So, mein Special. Danke. Danke schon mal. Nein. Holst du mich mal hoch? Ja. 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 Ja, okay. Wir haben alles gekillt. Alles gut. Alles gut. Das ist alles tot. Keine Panik. Auf geht's. Oh. 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 Wir müssen auf Ihren Papierkram aufpassen. Wie? Tag 6. Vielleicht ist es die... Äh. Ich habe hier irgendwas gemacht. Ja, ich habe es gesehen gehört. Todesstrahl. 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 Todesstrahl kommt. Todesstrahl kommt. Todesstrahl kommt. Todesstrahl kommt. Todesstrahl kommt. Todesstrahl kommt. Todesstrahl rum. Oh mein Gott. ja ich war gerade ich bin gerade ready so hier jetzt hat er alles platt gemacht Wolltest du das auch machen? Schön ey, gut, dass hier keiner zuguckt. Löll, hör auf damit doch. Ich dachte ja nicht nochmal, du. Weg da, weg da, weg da. Weg da. Weg da. Weg da. Weg da. Oh, weg mal an mir. Scheiße. Ich hab immer ein paar Steingeschosse durch die Gegend, mein Freund. fort-zunehmen. Hey was ist hier? Ich verzeih das hier, weg. was ich habe ich ja selber eigentlich wird wenn du das nicht loslässt dann explodierst du irgendwann so schall kommt Ok, bei dir läuft's heute. Du hast ein Problem? Surrender! Ich hab ihn überlebt. Sehr gut. Warum? Ja, das ist die Revenge. Revenge? Ich wollte erst Revenge und Rache und dann war's die Revenge. Let's go, let's go hier oben. Ich will doch nur ne Rüstung machen, man. Beruhige dich da. Genau, renn rein. Feuer, 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 Feuer. Da haben wir uns ja selber eingesperrt. Wie bist du denn jetzt? Ok. Ich glaub du hast uns... Surrender! Ich weiß nicht wo ich gestorben bin. Du musst mich hoch holen, du musst mich hoch holen. Ja, ich kann das noch nicht. Es ist noch absolut. Ziprin! Oh, da oben kommt mehr. Todesstrahl nach oben. Von unten. Ich mach Feuer nach unten. Heil mich, heil mich. No, der hat mich weggekickt. Ich muss mich hoch holen. Oh Gott sei Dank, ein Gammelspiel. Aber es macht Spaß, es macht Laune. Oh, müssen wir weiter? Ja. Ich lass das Kapitel zu Ende sein. Oh. 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 Wasser und Feuer. Leertaste ist okay. Blitz, Blitz, Blitz. Blitzschild. Wasser und Feuer geht doch gar nicht. Wasser, Feuer. Ah, 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 eh. Ne, ah, ah. Oh. Oh. Ah, ah, eh. Okay. Ne. Was bringt das, wenn ich Wasserdampf erzeuge? Kannst du einen Motor mit anfangen, äh, Im Generator. Guck mal, ich hab so ne geile Magi-Rüstung. 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 Ne geile Magi-Rüstung. Mit Magi macht das Sanobaschwaos. Nostre heißt das Bekommen in kleine Jünger Tabettis. egon o anna seru hit war immer sind ja gut und streit herum lange vor du musst mich doch einmal mal hochrollen komm weg da mach gleich feuer rein ich heil dich mach nochmal feuer von dir heil dich weiter mach nochmal feuer rein mach nochmal feuer rein mach nochmal wieder feuer ich heil dich ich heil dich ich bin geboren oh 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 back 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 jo oh 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 heil ist er 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 und hier kommt Ich hau Feuer rein. Er hat mich. Kleinen Level hier. Alter, ich wollte mal hier. Okay. Kommst du klar? Ne. Er hat mich gefangen und kaputt gemacht. Surrender! Brauchen wir Feuer rein. Läuft, läuft! Jetzt sie wieder! Kommen wir mal Feuer. Hörst du einen Heal hast? Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Ja, Miso! Wie oft wird man hier gefangen? Dann noch ein Blick ab. Mach mal der Todesstrahl, oder? Ja. Warte, Studio. Warte, warte. Warte, warte, warte. Todesstrahl. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Dauer, warte. Halt dich hoch. Todesstrahl, komm. Todesstrahl, komm. Todesstrahl, komm. Todesstrahl. Scheiße. Wollen wir erst mal die kleinen weg? Trotzdem, weil die gehen ja echt auf dem Sack und dem scheiß geht. Ja. Okay, dann mach ich den Todesstrahl. Todesstrahl, die dich unter klein. Nein, da los. Nein. Nein. Ich bin noch am Leben. Todesstrahl. Okay, Todesstrahl, komm. Todesstrahl, komm. Todesstrahl, komm. Ah, sorry. Sorry, ich wollte dich gerade heilen. Jebe Wacken. Nice one. Todesstrahl. Scheiße, der war nicht daneben. Komm, Todesstrahl. Komm, Todesstrahl. Komm, ein noch. Komm, tu es. Mann. 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 sind begeistert die jünger tabetes die feiern dich und mich ja klar also ich habe ihnen gefühlt mehr damit zu tun glaubt sich zu retten als der mensch zu machen so schlecht hast du vorher noch nie das macht er Da sucht ihr was. Ahoy! Mein Ring! Ahoy! Der ist ja schon wieder lost hier. Gib a little Puckmittag. Wie gemein ist der denn zu dir? Pucki, Pucki, Pucki! Stoß still! Haltet ganz still. Äh, nein. Dann ist dieses Kapitel wohl auch abgeschlossen. Oh, ich hätte eine Schütze einfach bekommen, ey. Ja, ich würde sagen, bevor wir ins nächste Kapitel starten, wechseln wir wieder die Kameraperspektive. Wir sind am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es sehr witzig, auch wenn ich noch nicht so ganz klar komme und ständig in die Luft fliege oder irgendwo runterfalle oder von Danny irgendwo runtergestoßen werde. Ja, genau! Falls da draußen irgendwo versierte Magic-Cut 2-Spieler sind, ihr könnt uns gerne ein paar Tipps da lassen, weil wir, wir haben, wie ihr seht, noch nicht so den Plan. Aber wir hoffen, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder zuschaut. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao! Ciao!